Hallo und Willkommen zu einem weiteren wunderschönen LP von PlanetSizeit. Ja, ich mag den Typen wie überhaupt nicht. Er sieht schon geil aus. Hm. Nee, beden, beden. Ja, wie schön. Geil. So, wo sind wir? Oh mein Gott. Ah, ja. Hm. Ist... bisschen Zeit verzögert. Behalte dich, du kannst jetzt doppeltes... Ja, ja. Ich mach den Scheiß jetzt nicht mit. Mein Soldat läuft natürlich immer noch wie ein Krüppel. Ich weiß gar nicht, wie viel der Park ist. Ich glaube, der 16. Ja, der 16. Fliegen wir ein bisschen. Ja, weil Fliegen macht Spaß. Auf die Nase fliegen. Warte mal. Warte mal. Da brauche ich... Hallo! Fick dich! Ich will andere Waffen. Ich will die Leichteinheit sein, damit ich so ein Sturz aus der Luft überleben kann. So. So. Leichteinheit. Er auf das Seifen-Dingsbums. Keine Ahnung, was. Seifen-Pistole halt. notsichtbare wand natürlich was holen wir uns wenn du fliegen willst dann musst du auf jeden fall mir fällt gerade auf ich bin doch lieber auf dem Boden weil hier gibt es ja keine Einzelflieger oder so also ich habe noch keine gesehen schwere Angriffeinheit können wir zwar nicht mal fliegen ist jetzt aber auch nicht so schlimm Mio die Liedert ja nur das größte Schiffern es gibt bei der Mann die Lärm über den barceli ja war mal kann ich da nicht irgendwie wechseln jetzt ist es doof gerade möchte der schießposition sein ne leg weg da finde ich doch lieber so ist es überhaupt ein kleines auto ein kleines anklatsauto was machst du denn rennt er peinlich wie er ist gegen die band soll doch kaputt gehen so sandor geht auf jeden fall gar nicht leiden die neue Waffen leckten so ein büro wie geäußert in der Saar an einer als im Team, weil alleine funktioniere ich doch etwas besser als im Team. Kann ich mich besser auf den Kampf konzentrieren und muss mich nicht auf die anderen einstellen. Aber die Atmosphäre ist ja geil, obwohl die Grafik nicht die beste ist, ist die Atmosphäre so richtig geil gemacht. Ja, mein Mikrofon ist an. Auf alle feindliche Ereignisse achten. Ja, da ist eine Brücke. Okay. Hurra. Warte mal, da waren wir doch letztes Mal schon. Nicht feier wie betrunken. Alter, wie schön. Darum geht es auch Flieger. Also Trinken am Steuer solltet ihr doch lieber vermeiden. Na, na, ja. XP nur 10%. Also, mhm. Glock mich. alles in Ordnung zu sein, wo gehen wir denn hin, nach links oder nach rechts? Nach links, da scheint was zu sein. Und nicht die Straße verlassen, wie du es in der Fahrschule gelernt hast, Serax, keine Menschen töten, wie dein Fahrschullehrer sagt, keine Menschen töten, es wäre schlecht, für den Fall wäre es dringend nötig, also ist das quasi kein, kein Ersatz für so eine Fahrstunde oder so. Hm. Aha, ist anscheinend unsere Einrichtung. Wir haben die Einrichtung erfolgreich verteidigt. Gut so. Mir scheint es trotzdem noch Ärger zu geben, wenn ich mich gleich drum kümmere. so lange ich keinen Unfall baue. So. Ja. Da fängt es gleich an. So. Aber wenn mich ein Flugzeug abschießt, dann kriege ich trotzdem irgendwie Schaden. youtube war-fläche sch tempo handeln aus, ich habe mir nicht mehr verschiedene Zeit. ich habe gerade wieder Spaß gemacht und mich in meinem réflreich begann, dass ich nachher habe,oll 지역 geht es trotzdem ein ziemlich skype. entwickelt hast dann eine, Meyer high 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 koy high 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 high, high 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 highlow high 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 low high 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 muss und sie den Wurzeln da ist auch wieder alles rum da auch kein Schaden wir sind im Rückwärtsgang ich würde schnurstracks zum Gegner fahren was mache ich hier was war das für eine Umdrehaktion ich bin immer noch im feindlichen Gebiet ich bin angespannt was mache ich hier für eine Scheiße ich bin doch nur der Straße gefolgt wollte ich nicht nächstes mal verhindern bitte wollen ich Serac wow nicht stehen bleiben ich habe die Straße verlassen wie schön holen verdammt ich kann nicht zielen ok das feld das das hier war war der aber war sie ich kann nicht so hoch schießen Alter! Wie asozial! Mein Panzer geht gleich kaputt! Oh du kleiner! Ja ist klar! Ist klar! Kleiner Hosen scheiße du! Komm her! Komm her! Geht so doof! Ja wie wärs mit nachladen? Was? Was wo? Erst wurde ich von der einen Seite angegriffen, dann von der anderen! Und der Typ sieht aus nur Obama! Wahrscheinlich hat er sich keine Ahnung so Baumwollsäckchen in die Unterhose gestopft so dass seine Genitalien größer aussehen. Hm. 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 Okay. Da sind über 50% Feinde also fast 60. Hm. Ja. Ja. Wie schön. Null. Ich will doch da wieder spawnen wo ich bin. So. Also dass der Arsch wie schwul er so schwul wie er ist. Mir einfach in den Arsch schießt. Von hinten ist schwul. Außer man ist ne Frau. Und warum lag die Scheiße gerade? Die lag übel. Wie soll ich eigentlich überleben mit so lag? Ja. Natürlich muss ich jetzt 6 Minuten warten. Fick dich. Fick dich der Arsch. Ja. Hast du es. Fick dich. Und jetzt verpässt dich der Arsch. Ehhh. Warte mal. In welche. Abi in Minecraft. Wenn ich direkt hinscheu dann verschwindet's. Wenn ich nur und direkt hinscheu dann sehe ich es. Leck mich. Ok. Alles zusammen fahren was aussieht wie ein Gegner. Warte mal. Feind. Wo ist die Schnalle. Fack. Oh, 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 wuuu. Nein, 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 nein. das ist ein erfahrener Blätter seit zwei Spieler ich bin nur Noob und das was man einen Noob nennen kann ok wo ist der da war ich solche Lachs und ich mag doch jetzt die Rade kein Lachs essen natürlich hat er nicht fast getötet die gute ich bin doch lieber für meine Verhältnisse zu Fuß unterwegs weil ich sonst erkannt werde zudem sollte ich meine Munition mal nachladen nach n n n n ich hab's verstanden, hört jetzt auf warum haben die die ja, die haben ein einzelnes Gebäude in ihrer Hand ich kann einzeln schlecht dagegen wirken warum braucht's da so wm falsch immer feselt alter ich hätte so schön mit den Raketenwerfer drauf hießen können, aber nein nein Hallöchen so ich habe einen Raketenwerfer was die BG Auer so kommt aber nicht rein, egal wie es ist, dass du bis wir Angst machen der will mich provozieren, das ist das ist unfair muss das sein? das ist doch, naja, da steht rechts einer, da steht da steht zwei rechts einer, naja da stehen zwei rechts, da stehen zwei links da vorne ist ein Schiff und ich bin ganz alleine was soll das? also was ist jetzt los? ja natürlich au das ist einfach mal Munitionsverschwendung, aber ich habe unendlich ja nicht aber das ist unfair das ist sogar sehr unfair das ist sogar sehr unfair ok, das ist Freude ja, jetzt rennt sie weg aber dem Schick traue ich nicht ja hallo ja hallo du äh, du äh, ein bisschen erfahrener äh, Blendenzeit zwei Spieler wie geht's dir? du Junge nur weil du dich unsichtbar waren kannst du bist du bist du bist du bist du bist ja natürlich natürlich hat er mich getötet der gute der gute Herr Schinken hat mich getötet vor allem Herr Schinken also da sag ich doch nur Lachbuch ja natürlich steht er so ein Monstrum ich kann auch gerne ein Monstrum sein er wisst ihr ich bin auch jetzt gerne ein Monstrum ich bin jetzt eine Max Einheit hmm ich habe genug ich habe genug ist das peinlich kann ich eigentlich auch kann ich mich regenerieren kann ich mich regenerieren kann ich den Part beenden ohne zu sterben ja natürlich zu dritt was ist feiger ich ja als Nichtskönner in diesem einen Shooter oder der sich in einem Kraftfeld versteckt alleine oder auf der anderen Seite sind es keine Ahnung wie viele Gegner die sich sogar schon festigen also ja sehr lustige Angelegenheit hier dann bis zum nächsten Mal es wird richtig richtig lustig ciao 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 ciao